willkommen bei aqua one wie ihr wisst sind meine videos normalerweise vor produziert und geplant so dass jede woche neues erscheint aber dieses video schiebe ich mal dazwischen weil auch ich jetzt an die wohnung gefesselt bin und zwar bin ich ein bisschen angeschlagen ich habe zwar kein corona aber wegen mir und wegen anderen leuten bleibe ich einfach zu hause und das hat mir mein arzt auch so geraten deswegen wollte ich euch mal ein paar bilder zeigen wie meine aquarien und meine projekte aktuell aussehen wie hier zum beispiel das aquarium mit den reis fischen wo sich ein kleiner plati verirrt hat die platis hatte ich mal letztes jahr als mückenfresser gekauft und wie nicht anders zu erwarten haben die sich natürlich vermehrt die wachsen unglaublich schnell die kleinen platis das aquarium mit den garnelen dieses 20 liter club macht mir leider sorgen mit den bienen hatte ich noch nie viel glück aber komischerweise auch die tiger von den tieren die ich gekauft habe leben nicht mehr viele und deswegen habe ich auch aus dem aquarium der reis fische ein paar cherry garnelen rausgefangen und die hier eingetan die werden sich auf jeden fall vermehren weil die sind unkaputt war es gab gerade futter auch die joda schnecke ist auf dem weg und die ganzen posthorne schnecken die sind schon die fallen schon über den stick her die garnelen kommen da fast gar nicht mehr dran das eingetümmel sieht aber schön aus finde ich der mini teich sollte eigentlich schon viel weiter sein aber dadurch dass ich im moment nicht zum baumarkt komme wo ich immer nach holland zu fahre konnte ich noch keine pflanze kaufen und auch so keine vorbereitung treffen deswegen habe ich auch noch kein wasser aus eingefüllt leider denn eigentlich sollte der teil schon viel weiter sein auch die witterung macht mir dann strich durch die rechnung in einem späteren video wird man das noch sehen aber dieses aquarium bereitet mir ein bisschen sorgen im moment da habe ich leider faden algen drin ja um das ein bisschen zu dezimieren habe ich hier auch im vordergrund so ein bodendecker gepflanzten sehr einfachen bodendecker der wird noch viel dichter und ich hoffe dass das die pflanzen masse dann den algen die nährstoffe entzieht unter anderem im späteren video sieht man was ich da noch unternehme gegen die algen wo den fischen geht super wie man sieht sind toll gefärbt ja hier haben wir den kampf ich auch da habe ich rechts unten diesen bodendecker gepflanzt gegen die algen die zwar hier nicht so stark auftreten aber algen wieder keiner haben ja das war es eigentlich im moment von mir leute bleibt zu hause und vor allem bleibt gesund damit ihr auch nächstes mal wieder bei mir seid wenn ich mein nächstes video hochlade also ich sag es noch mal bleibt zu hause bleibt gesund bis zum nächsten mal auf aqua one